Hi. Was machen wir heute? Wir schneiden wieder den Blaurigen. Genau, wie jedes Jahr ist der schon ganz blau und lang gerankt. Erzähl mal was dazu. Ja, wir kappen sie wieder ein. Deutlich, dass wir nachher auch schönere Blüten haben und das alles nicht voll Wuchrat. Er ist ja komplett hier schon einmal rumgeblieben. Wuchrat. Da oben sieht man das gut. Und was muss man beachten? Man muss recht früh schneiden. Jetzt sind wir schon ein bisschen spät, aber dass noch nichts ausgetrieben ist oder so. Und wir bleiben halt sehr kompakt, weil da die Ansätze sind, wo die Blüten nachher kommen. Das sind die Ansätze, die nicht abschneiden. Genau, da wo sie dann so länger auseinander stehen, da kann man sie dann wieder kappen.